Können wir mal bitte darüber reden, wie viele Sorten Energydrinks es mittlerweile gibt? Früher habe ich mir einfach das originale Monster genommen und die Welt war gut, hat geschmeckt. Aber heute ging ich zum Marktkauf und was sah ich? Ungefähr 500 verschiedene Sorten. Alle Geschmäcker, die man sich nur vorstellen kann. Von Eisteeb 40 bis hin zu meinem Erbrochenen. Entscheide ich da mal, ich bin schlecht in sowas. Wir alle leben so dermaßen im Überkonsum. Jedes Jahr 100 neue Games, die irgendwie alle gleich sind. 50 neue Smartphones, 20 neue Energy-Sorten. Wer soll da noch durchblicken?